Was ist los da oben, Betty? Was ist das Problem oder was, Junge? Gegen das Auto, nochmal gegen das Auto! Wie geil ist das denn? Wie geht's? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott! Ich geb ihm immer die flache Hand, ich geb ihm immer die flache Hand! Oh, jawoll! Richtig! Das kannst du mir ja keinem erzählen! Ja, ja, ja! Ja, das ist das! Das ist das! Ja, Freunde, was geht ab? Schön, dass ihr wieder da seid! Willkommen zurück hier auf dem Kanal mit mir, eurem Whitey-Freunde! Heute gibt's noch mal eine Folge Multiversus. Bevor jetzt die Alpha abläuft, da dachte ich so, komm, gehst du nochmal rein. Hab ja auch 2000 Münzen gehabt, deswegen hab ich mir nämlich den Batman, ich bin Batman, geholt. Und mit dem gehen wir heute mal rein, mit denen starten wir nochmal ein, zwei Kämpfe, bis dann irgendwann die, ähm, Open Beta kommt und dann sollte das Spiel ja gegebenenfalls irgendwann die Tage mal rausschauen, äh, reinschallern in überall und so und... Ich geh rein! Es ist nicht, wer wir hinter uns sind. Es ist, was wir tun, was uns definiert. Genau. Das sag ich auch immer. Direkt gegen Harley, passt ja, ne, er kriegt Harley direkt ein auf die Mütze. Okay. Okay, warte, wie ging das nochmal? Okay, sowas springen, sowas runter. Okay, warte, erst mal... Wow, richtig... Ey! Ich will erst mal gucken, Harley! Ja, okay, Harley, du wolltest es so, okay. Na komm her, Harley! Oh Gott! Wow, okay, okay, let's go, Junge! Zack! Wow, ein Uppercut! Wow, richtig gut! Zack! What? Mach mal, mach mal so ein... Wow! Voll gut! Schön! Wow, den feier ich gerade richtig hier! Weißt du, mach mal so ein Battle-Wang hier, wie geht das? Der ist wieder nur am Jumpen hier, ne? Anstatt der mal hier... Direkt mal hier rankommt hier, ne? Und sofort mal hier... Einen nimmt hier, so wie er... Ja, hallo, hallo, ist gut. Oh, okay. Ist das jetzt so ein Battle-Wang? Wie kann ich den werfen? Da! Wow! Okay, wie kann ich... Hab ich das gemacht? Jetzt! Oh, voll gut, nochmal! Warum? Nein, ist nicht mehr ready! Nein! Okay, warte mal, der haut mir hier zu viel ab, der Typ! Ah, wichtig! Wicht! Kann doch gar nichts machen! Ich hab kein Battle... Wie ist der denn da jetzt doch rausgekommen, sag mal! Jetzt ist aber... Gut, hier, so, geht doch! Hier erstmal ein Toten, Mann! Ah, let's go! Komm, direkt weiter hier! Der hat doch gar keine Chance gegen uns! Jetzt hat sie mich gerade... Ah, das war abzusehen, war abzusehen! Auf einmal ein bisschen aggressiv hier unterwegs, die Gude! Der war wichtig! Der war ja wohl... Der war ja wohl... Ah, komm, ey! Wenn ich das noch verlieren, dann breche ich aber... Ach komm, gib nochmal hier den Batawang! Nein! Wichtig! Ja, schön! Ja! Der war ja wohl so wichtig, Junge! Ah, ich wollte so eine Kombi machen! Mit Uppercut und so! Komm schon! Ja! Das war's! That's it! Das war's! Das war's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alter, das konnte ich noch gar nicht machen. Dass der da so Nebel und so macht. Ne, Boden, los. Aber wir kämpfen, wir kämpfen. Ich weiß zwar nicht, was Jake so alles kann, aber wir schauen uns das mal an hier. Ich bin gespannt. Schön. Der Battle. Was ist los da oben, hä, Betty? Betty, ist das Problem oder was, Junge? Gegen das Auto, nochmal gegen das Auto. Wie geil ist das denn? Ich seh nix. Mist. Ah! Jetzt will ich mal einen versuchen. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber ich will mal einen versuchen. Das, was ich letztens gesagt habe, ich weiß zwar nicht. Ah, jetzt wird er, jetzt wird er böse. Jetzt wird er böse. Der kleine Betty. Der kleine Betty will aus dem Bällebad abgeholt werden. Ah, wie, da so, wie, wie beiß ich denn zu? Ah, da so. Ich will mal was versuchen, ey. Ich weiß aber nie, ob das geht. Ah, ich war, na, jetzt kann ich es nicht mehr versuchen, scheiße. Ich wollte den, ich wollte den nämlich versuchen zu schnappen. So. Und dann wollte ich hier runter. Ah, nein! Oh, das wär's gewesen, oder? Das wär so cool gewesen, das wär so cool gewesen. Schön. Der nächste so. Komm, Alter, will ich das doch... Fast. Das kann... Ja! Boah! Boah, hab ich den weggemacht. 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 So, ich bin Taz. Gegen Batman. Erstmal gucken. Okay. Okay, I see it. Voll gut, ey. Ja, was ist da los, hä, Betty? Was ist da los, Betty? Komm her, Chris hat Sandwich, Junge, Alter. Und Salz, Pfeffer. Zack. Oh, ich kann mich so aufladen. Das gibt er mir aber gerade ordentlich. Ja, so wichtig. Ha! Ach, den hab ich getroffen! Was? Was? Den hab ich getroffen? Den hab ich ja gar nicht gesehen. Muss ich den bis jetzt schaden, müsste ich den noch machen. Ja, auf jeden Fall wichtig, ein bisschen Schaden noch zu machen, bevor der mich hier runterstößt. Oh, schade, ey. Komm, 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 Taz. Nicht aufgeben, komm. Ah, die Bombe, ey. Boden. Der macht doch immer nur dasselbe. Aber kann er ja auch. Na gut, ich mach auch nur dasselbe. Ah! Auch nicht ab! Also, mit mir,� auch nicht. Ja, der war ja wohl wichtig. Ja! Nein. Nein! Ah, ist okay. Ah! Hau doch nicht ab, Betty! Komm! Kämpf, Junge! Ja! 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 Let's go! Let's go! Boah, hart gekämpft, Junge! Hart gekämpft! Guck mal, wie wenig Schaden ich nur gemacht habe! Sehr, sehr cool! So, Freunde, das war's! Die nächste Folge kommt dann, wenn eine Open Beta... Ich glaube, als nächstes müsste eine Open Beta kommen, ja. Wenn dann eine Open Beta kommt, dann kommt die nächste Folge, Freunde. Ansonsten warten wir natürlich auch, bis das Spiel dann, ja, endlich erscheint. Freue mich schon sehr drauf, freue mich auf weitere Charaktere und dass man dann ja halt richtig Gas geben kann. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Danke an alle und schaut gerne auf Twitch vorbei und auf TikTok. Da kommen momentan täglich Videos.